Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute gucken wir uns an, was sich so bei IP Neues getan hat. Und nein, ich rede leider nicht von IPv6, das hat sich nämlich immer noch nicht komplett durchgesetzt, weil sich manche einfach dagegen sträuben. Heute gucken wir uns an, was Network Address Translation ist und was ein NAT ist, nämlich ein Network Address Translator. Also NAT ist quasi genau das, was wir uns angucken. Und ja, warum hat man das gemacht? Wir haben bei IP folgendes Problem. Wir haben insgesamt 2 hoch 32 Adressen zur Verfügung, weil wir einfach 32 Bit haben. Ein Bit kann entweder 0 oder 1 sein, das heißt es hat 2 Zustände und wir haben insgesamt 32 davon, die wir irgendwie miteinander kombinieren können. Also wir können alle möglichen Folgen davon haben. 2 hoch 32 hört sich erstmal verdammt viel an. Dann ist es auch eigentlich und zwar ist es, ja, ziemlich, ziemlich viel, sogar 4 Milliarden und fast 300 Millionen. Warum reicht uns das nicht mehr aus? Naja, schauen wir uns mal an, was wir so an Mobilgeräten und so weiter haben. Also jeder von uns hat höchstwahrscheinlich einen Rechner, irgendwie einen Laptop oder einen Desktop-PC oder vielleicht sogar beides. Dann hat jeder von uns höchstwahrscheinlich auch ein Handy, also ein Smartphone, das Internetzugang hat und somit auch eine eigene IP-Adresse braucht. Und dann haben wir auch alle einen Router, der auch seine eigene IP-Adresse braucht. Und dann haben wir vielleicht nochmal ein bisschen mehr, zum Beispiel irgendwelche Smart Home-Gerätschaften, wie zum Beispiel einen intelligenten Kühlschrank oder sowas in die Richtung. Die bräuchten, also alles was einen Internetzugang hat, bräuchte seine eigene IP-Adresse und tatsächlich sind diese IP-Adressen hier seit dem 3.2.2011 komplett weg. Ähm, ja, eher ungünstig für uns, würde ich mal so behaupten. Was machen wir denn jetzt? Haben wir jetzt ab sofort kein Internet mehr oder können keine neuen Geräte mehr anschließen? Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Das Problem ist eher, dass wir uns irgendwie anders orientieren müssen. Also wir wollen natürlich immer noch neue Geräte uns anschaffen können. Und das soll nicht an der Adressenabheit von IPv4 liegen. Und deswegen hat man sich gedacht, Mensch, führen wir doch einfach IPv6 ein. IPv6 wird heute auch tatsächlich nicht das Thema sein, weil immer noch nicht überall unterstützt wird, wie ich schon gesagt habe. Aber IPv6 hat 128 Bit, was bedeutet, wir können 128, ähm, oh, die 8 ist ein bisschen komisch hochgerutscht, ne? Egal, 28, äh, 2 hoch 128 Adressen benutzen, was uns erstmal für eine Weile wieder reichen sollte. Aber das hat man nicht gemacht, weil IPv6, wie gesagt, nicht überall unterstützt wird. Und deswegen hat man sich eine Zwischenlösung überlegt. Und das waren sogenannte Nuts. Ähm, also Network Address Translation heißt das ganze Ding. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal angucken, hier drüben haben wir das Internet, das große Ganze. Das ist jetzt nicht ein autonomes System oder sowas, sondern das ist tatsächlich einfach nur ein Internet. Und jetzt macht man das Ganze folgendermaßen. Wir schließen unseren Router daran an. So, und dann ist aber ganz klar, das ist jetzt einfach mal der Router. Und dann ist aber klar, wir als Privatperson schließen alle unsere Geräte nicht direkt ans Netz an, sondern wir schließen sie alle über den Router an. Ähm, das ist einfach so, weil sonst wäre, ja wie gesagt, das mit dem Speichern von IP-Tables und so weiter, äh, nicht IP-Tables, sondern von Routing-Tabellen und so weiter, das wäre ein bisschen krass sonst. Und was man sich gedacht hat, okay, wenn wir eh alle hier über einen Router angeschlossen werden, also zum Beispiel, das ist unser Laptop, ähm, dann haben wir hier ein Smartphone. Ich schreibe jetzt einfach mal Smart hin und so weiter und so fort. Dann braucht nicht jedes dieser Geräte eine eigene öffentliche IPv4-Adresse, sondern es würde uns eigentlich reichen, wenn der Router eine hat. Und genau das hat man gemacht. Man hat dem Router eine eigene IPv4-Adresse gegeben und die Dinger hier sind jetzt in einem sogenannten internen oder auch, ähm, intranetz. Also nicht internetz oder internet, sondern intranet. Das bedeutet, wir benutzen einen Router, der uns interne IP-Adressen übersetzt in unsere öffentliche IP-Adresse. Das heißt, wenn ihr von eurem Laptop eine Anfrage macht an das Internet, dann sagt ihr, hey, meine Quell-IP-Adresse, so und jetzt kommt was, was ihr höchstwahrscheinlich schon mal gesehen habt. Die Quell-IP-Adresse von unserem Laptop ist zum Beispiel 192.168.0.10 oder sowas. Und, äh, diese IP-Adresse, ich mach das hier mal ein bisschen weiter nach oben, damit uns das nicht verwirrt. Und der Pfeil hier drüben hat übrigens nichts damit zu tun. Der ist aus einem der vorderen Videos, wenn ich das jetzt mal nach oben schieben könnte. Dankeschön. So, also der hier hat jetzt die interne IP-Adresse, also nur eine intranet-IP 192.168.0.10. Der Router hat eine intranet-Adresse 192.168.0.1 zum Beispiel wie bei mir. Und er hat aber gleichzeitig noch eine öffentliche IP-Adresse, zum Beispiel irgendwie, ähm, 45, 128, äh, 256, geht leider nicht, ähm, 0.123. Okay, und das ist jetzt die, ähm, übrigens Ähnlichkeiten mit echten IP-Adressen sind rein zufällig. Ich mach hier wirklich ein random Tippen auf meiner Tastatur. Also wenn das die IP-Adresse von euch sein sollte, dann tut es mir furchtbar leid. Die hier ist tatsächlich real möglich. Auch die hier ist real möglich, aber die bringt euch nichts. Nur die öffentliche IP-Adresse, die bringt euch was. Okay, was jetzt mein Laptop macht, wenn ich irgendwas ansprechen würde, dann sagt er, hey, meine Quell-IP-Adresse ist 192.168.0.10. Ihr erinnert euch an das IPv4-Paket. Das war leider nicht ganz das. Doch, das war das. Ähm, aber das hier unten zählt nicht rein. Okay, wir haben hier oben irgendwo die Quell-Adresse, wo wir angeben müssen. Und wir haben die Ziel-Adresse, die wir angeben müssen. Und jetzt müssen wir aufpassen, wenn wir hier die Ziel-Adresse angeben. Wir wollen ja trotzdem an das Ziel zum Beispiel YouTube.com kommen. Und YouTube.com hat zum Beispiel die IP-Adresse, machen wir einfach mal als Ziel-IP, äh, keine Ahnung, 47, 11, äh, 47 und 42. Keine Ahnung, irgendwas eher Zufälliges. Das ist jetzt mal die IP-Adresse von der Webseite, auf die wir zugreifen wollen. Dann wird unser Laptop bei der Anfrage das als Ziel-Adresse eintragen in das Feld. Und das hier als Quell-Adresse. Ja, aber die Quell-Adresse ist ja nur im Intranet. Das heißt, niemand hat diese öffentliche IP-Adresse. Und man kann auch nicht darauf zugreifen. Das bezieht sich wirklich nur auf das Netz hinter meinem Router. Sprich, der Teil hier, ähm, wenn ich jetzt da, okay, der Teil hier von Router nach hinten dran, also Laptop, Smartphone, Smart, was weiß ich was, Tablet und Desktop-PC und alles, was eben an diesem Router hängt, kann diese IP-Adresse hier benutzen. Aber sonst eben nichts. Also nichts von außen kann diese IP-Adresse benutzen. Von außen kann allerhöchstens diese IP-Adresse benutzt werden. Das ist die sogenannte öffentliche IP-Adresse. Das sind private IP-Adressen. Was der Router jetzt macht, ist, er sagt, hey, ich tausche einfach das Feld aus mit der Quell-IP-Adresse und setze diese Quell-IP-Adresse ein. Das bedeutet, ich benutze einfach hier ein sogenanntes, ich übersetze die Adresse, also ich mache eine Network Address Translation. Ich übersetze diese 192.168.0.10 in 45.128.0.123 und schicke diese Adresse als Quell-IP-Adresse einfach weiter in unser Internet. Das heißt, das ist danach meine Quell-IP-Adresse. Jetzt habe ich aber natürlich ein Problem. Mein Laptop, mein Smartphone, mein Tablet und mein Desktop haben alle dieselbe öffentliche IP-Adresse. Wie unterscheide ich jetzt, wer welches Paket bekommt? Wie soll ich das bitte machen? Und der Trick dabei ist, mein Router sagt sich einfach, hey, ich benutze meinen Port und weise diesen Port fest der IP-Adresse, also der internen IP-Adresse.0.10 auf, zu. Das heißt, ich habe am Ende, wenn ich eine Antwort erwarte von meinem Server oder von dem Server, der diese Adresse hat, zu dem ich quasi hin bin, dann weiß mein Router, wenn eine Antwort von dem kommt, ah, ich packe das einfach wieder auf Port so und so, also zum Beispiel Port 128 und der Port ist dann reserviert für meinen Laptop. Und sowas macht eben der Router, das heißt, er übersetzt interne IP-Adressen in Ports fürs interne Netz und öffentliche Adressen fürs öffentliche Netz. Und das Problem ist natürlich dann, wenn jemand mich anrufen möchte sozusagen, das heißt, mich als Laptop bzw. als Desktop-PC und mir direkt Daten schicken möchte, zum Beispiel möchte ich jetzt mit euch eine Verbindung aufbauen und mit euch zocken, irgendwas, dann habe ich keine Möglichkeit dazu. Ich muss erst in ein internes oder in ein Intranet mit euch kommen, um mit euch direkt kommunizieren zu können. Ansonsten müssen wir die Verbindung irgendwie aufbauen. Und was man sich eben heute hauptsächlich, also vor allem bei Spielen, da ist ja das Problem am größten, sage ich jetzt mal, wenn man nicht irgendwie auf eine Webseite zugreifen möchte, wenn man auf einen Server zugreift, dann wird auch so eine Verbindung aufgebaut. Und deswegen sind die meisten Spiele heutzutage eigentlich eher auf einen Server bezogen. Das heißt, ich als Laptop oder als Smartphone oder was auch immer, kommuniziere nicht direkt mit den anderen Spielern, sondern ich kommuniziere mit dem Server. Und der Server kommuniziert mit mir zurück, aber die anderen Spieler kommunizieren auch mit dem Server. Das heißt, wir kommunizieren nicht direkt mit den Spielern, sondern wir kommunizieren eigentlich alle mit dem Server, mit IPv6. Könnten wir das allerdings anders machen, dann könnte wieder jedes Gerät hier seine eigene öffentliche IP-Adresse haben. Also wirklich jedes Gerät, nicht nur der Router, könnte seine eigene öffentliche IP-Adresse haben. Und wir könnten dann direkt wieder miteinander kommunizieren und bräuchten nicht immer einen Server, sage ich jetzt mal. Und dann hätten wir natürlich auch nicht das Problem, dass ständig die Server ausfallen würden, wie zum Beispiel bei diversen Spielen, die ich jetzt hier nicht namentlich nennen möchte, weil das vielleicht sonst eine negative Schlagzeile wäre. Nein, wahrscheinlich wisst ihr das selber, dass das öfters mal passiert. Was uns auch noch krass stört bei IPv4, weswegen wir eigentlich ganz gerne IPv6 hätten, sind die Sicherheitsfeatures, nämlich es gibt keine. IPv4 hat quasi keine Sicherheitsfeatures, IPsec ist dann wiederum eine Alternative dazu, nennt sich tatsächlich IPsec, so. Und ist eigentlich auch eine Variante von IPv4, IPv6 hat allerdings schon alle Sicherheitsfeatures von IPsec und zugleich noch mehr Adressen. Das heißt, ich weiß nicht, warum man das nicht direkt benutzt hat. Aber okay, ja, so funktioniert Network Address Translation oder so funktioniert Network Address Translation. Und die findet normalerweise bei eurem Router statt und natürlich bei jedem anderen Intranet, das ihr so finden könnt. Das heißt, höchstwahrscheinlich hat jedes oder so ziemlich jeder Betrieb hat sein eigenes Intranet und benutzt dann eben Router, um mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Dadurch sparen wir natürlich haufenweise IP-Adressen ein, also in einem Privathaushalt sind es nur relativ wenige. Aber denkt mal an eine Firma mit, keine Ahnung, 2 hoch 16 Geräten, weil wir haben ja hier 2 hoch 16 Möglichkeiten. Nur 192.168 ist fix. Der Rest hier hinten dran, der kann komplett ausgetauscht werden. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, einfach 2 hoch 16 Geräte bei uns zu Hause anzuschließen. Da reichen uns dann leider nur die Ports wahrscheinlich nicht immer dafür aus. Gut, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ihr wisst jetzt, wie ihr mit dem Internet kommuniziert. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao!